Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zielgruppe. Ich grüße Sie zur Weihnachtsaufzeichnung des Nachtschwärmers. Es ist der 24.12. und ich sitze einsam und alleine zu Hause, denn meine heißgeliebte Freundin zieht es vor, Weihnachten mit ihrer Familie zu verbringen. Andere Freunde habe ich nicht, die mit mir feiern wollen, also habe ich mich bereit erklärt, an Weihnachten zu arbeiten. Kameramatze sieht das offenbar ähnlich, denn sonst könnte hier niemand die Kamera bedienen und mit mir schuften. Und ich werde an diesem Weihnachten wohl einiges erleben, denn ich bekomme Erlebnisgutscheine geschenkt. Naja, einen davon von meiner Süßen und ich bin mal sehr gespannt, was das sein wird. Okay, lieber David. Da wir wissen, dass du bei der Fight Night jede Menge Spaß hattest, habe ich mir überlegt, da du nicht auf mich aufpassen kannst, aber vielleicht auf dich selbst aufpassen solltest, solltest du ein Kickbox-Training beim Mentor machen mit Full Contact um allem, was dazu gehört. Viel Spaß. Was meine Freundin da missverstanden hat, ist, dass sie mir große Freude bereitet hat, zuzugucken, wie Leute sich prügeln. Vom Verprügeltwerden war da eigentlich nicht die Rede. Naja gut, andererseits man lernt nie aus und wahrscheinlich ist es ja dann doch spaßig. Ich weiß es nicht, spannend in jedem Fall. Ganz ehrlich, ich habe die Hosen gestrichen voll, aber gut. Dann erlebe ich eben ein Full Contact Kickbox-Training. Großartiges Weihnachtsgeschenk. Oh, Kameramatze schenkt mir auch was, das ist süß. Was haben wir denn hier? Hallo Kollege! Auch du sollst zu Weihnachten nicht leben wie ein Hund, deswegen habe ich gedacht, kriegst du auch von mir was zu Weihnachten. Ich dachte da an so einen romantischen Abend im Kolumbino, aber jetzt habe ich mir das ganze Jahr noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und es sind da einige Bösartigkeiten deinerseits mir gegenüber aufgefallen. Deswegen gibt es nur einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Und da bin ich dann auch schon im Engine-Dojo. Gewalt gegen Männer in Paarbeziehungen ist ein Tabuthema. Gewalt in meiner Paarbeziehung gegen mich wird outgesourced. McKinsey war da und meine Freundin lässt mich von jemandem verprügeln beziehungsweise mir hoffentlich eher ein paar Grundbegriffe des Kickboxen beibringen. Von jemandem, der wirklich Ahnung hat. Mentor, der bei der Fight Night gezeigt hat, was in ihm steckt. Damit meine Weinkrämpfe sich schnell lösen und die Knochen nur langsam splittern, habe ich Doping dabei. Gegen Weinkrämpfe, Magnesium, gegen Knochensplitter, Calcium. Ich daufe mich jetzt mal und Sie drücken mir hoffentlich die Daumen, dass es für mich lehrreich und nur wenig schmerzhaft wird. Das war's für mich. Und ganz locker, relax. H, knee, thumb, shi. Ganz locker, relax. Easy, easy. Sich, hutch, shi. Und bei der Hand. Und mit der Hand, von dem Teil der Partner, und auf. H, knee, thumb, shi, go. Und versuchen, Kopf nach vorne bringen. Ja, die Hände hoch. Ist das alles ganz falsch? Ja. Zehn Mal. Eins, zwei, drei, stopp. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Andererseits. Dekum over, Dekum over. Eins, zwei, drei, Sechs, sieben, neun, vor zehn. So, 50 Sekunden. Und Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Sieh 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 sieh. Zwei Sekunden. Und wer Enfin, vier, 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 vier. Schwer her, vier drei Sekunden. Ich hab's doch gemerkt. Den beiden sind am ersten Mal. Sekunde, ich merke gerade, dass wir ein bisschen trittig lassen. Ganz kurz, Kreislauf. Jetzt nicht fangen lassen. Wasser. Nur kurz, hier. Halbwegs im Parizontal. Das musst du jetzt wieder aufnehmen, das ist klar. Ich seh den Sternenhimmel. Was wir am Samstag gemacht haben. Und dann mit Drehung. Und dann selber mit der linken Hand. So, zweimal. Dann versuchen wir auszweichen. Und dann zwei Haken. So. Und dann selber. So, ich muss abtauchen. So ein Blick. Okay, wir probieren das. Also. Und nicht so. Ich dachte, ich biete wenig Flasche. Okay. 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 Und jetzt auch? Ja, Haken, Haken. Haken, so. So, so. Und dann? Ja, Haken. Ja, Haken. Ja, Haken. Okay. 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 Eins, wir sind zurück. Oh, ein Feind! Oh, ein Feind! Das war die Narbe! Was? Es hat geknackt! Das ist japanisch, aussprechen kann ich es natürlich nicht, aber ich weiß, denn ich habe es mir gerade übersetzen lassen, was es bedeutet. Der stete Tropfen höhlt den Stein. Ein einziger Schlag von mir erreicht, um mir nicht die Nase zu höhlen, sondern zu brechen. Wobei ich glaube, die Nase ist nicht gebrochen. Gebrochen ist vielmehr so ein Mittelfußknochen und das habe ich vorhin am Sandsack alleine geschafft. Im mich verletzen bin ich unschlagbar, insbesondere wenn mein Gegenüber es gar nicht vorhat, mich zu verletzen und ich dumm genug bin, ihm in die Faust zu rennen. Tja, dass es mir ein wenig an Begabung fehlen würde, habe ich geahnt, aber man hat es hier sehr liebevoll und sehr geduldig mit mir versucht, mir was beizubringen. Ich glaube, ich werde ihm noch einige Chancen geben, aber ich glaube, da werde ich auch sehr, sehr viel Geduld mit mir selbst haben müssen. Ich werde mich jetzt entschädigen bzw. meine Schmerzen mit Glühwein betäuben und zwar auf dem Weihnachtsmarkt. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen wie so oft Welten. Wunsch wäre jetzt zu Hause zu sitzen, mit meiner Supermodelfreundin vor dem Fernseher eingemummelt und eine DVD zu gucken. Da meine Wünsche aber überhaupt nicht maßgeblich sind, stehe ich auf dem Weihnachtsmarkt, was mir als Agoraphobiker nur äußerst begrenzte Freude bereitet. Ich werde einen Glühwein trinken müssen. Ich mag eigentlich keinen Glühwein. Ich werde mich durch Menschenmassen drücken müssen. Auch darauf habe ich zumindest in der Kälte eigentlich keinen Bock. Und ich werde irgendwelchen Schwachsinn kaufen müssen, den ich eigentlich weder brauche noch wirklich verschenken will. Aber einen Vorteil hat der Freiburger Weihnachtsmarkt gegenüber dem Liseberg in Göteborg. Die Schweden machen nämlich eine Riesengalama um Weihnachten. Es gibt hier kein bescheuertes Maskottchen. Viel Spaß. Glühwein hätte ich gerne. Einmal? Aber klar doch. 3 Euro mit dem Glaspfand. Glaspfand, wie viel? Immer 1 Euro. Okay. Wie viele von den Dingern werden geklaut von den Gläsern am Tag? Ja, das ist geheimnisvoll. Haufen, oder? Ja, Haufen. Klar. Bitte? 6 Euro mit dem Glaspfand. Ist das meine? Ja. Achso. Danke schön. Wo werden die Gläser denn gereinigt? Da drüben? Oder macht ihr das hier? Habt ihr hier frisch Wasser? Sicher. Da bin ich ja beruhigt. Ja, ja, ich wollte nur mal fragen. Sicher ist sicher. Wenn das so ist, dann geht es ja. Das Glas klaue ich natürlich auch. Logisch. Herrensache Europfand. Danke. Was für ein vergeigtes Weihnachtsfest. Zuerst kriege ich auf die Fresse, wobei ich dabei was gelernt habe und es von daher ganz unterhaltsam war. Und jetzt darf ich den Rest des Abends auch noch einsam verbringen. Na, super. Aber immerhin bin ich einigermaßen angeschickert vom Glühwein. Toll. Überraschung. Juf ja jetzt meine Wacke, Matze. Frohes Fest alleine. Ich hab jetzt leider anderes zu tun. Ich bin nur noch ein bisschen zu tun. Ich bin mein Gewohn. Ich bin nur noch ein paar Jahre alt. Vielen Dank.